Liege oder setze dich bequem hin. Komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und lang wieder aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Erlaube dir bei jeder Ausatmung, alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Stelle in deinem Körper, wo du deinen Atem besonders gut spüren kannst. Konzentriere dich ganz auf deinen Atem. Kommen Gedanken auf, fängst du an zu planen, dann halte nicht daran fest. Nimm den Gedanken und lasse ihn als Wolke vorbeiziehen. Konzentriere dich wieder aufs Ein- und Ausatmen. Denke entspannen beim Einatmen und loslassen beim Ausatmen. Entspannen, loslassen. Einatmen, ausatmen. Entspannen, loslassen. Gedanken dürfen kommen und gehen. Bewerte das nicht. Es ist in Ordnung. Entscheide dich nur bewusst jedes Mal dafür, dich wieder auf deinen Atem zu konzentrieren. Entspannen, einatmen und ausatmen. Entspannen und loslassen. Genieße diese Stille in dir. Für diesen Moment gibt es nichts zu tun, nichts zu erreichen. Diese Zeit gehört ganz dir. Genieße es. Einatmen, ausatmen, entspannen, loslassen und genieße. Bewege nun deine Füße und deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atme noch einmal tief ein und aus. Öffne deine Augen und spüre der positiven Energie nach. Genieße für einen Moment noch die Entspannung und kehre dann in deinen Alltag zurück.